Guten Nachmittag, ich bin Eric Alexander de Groth und ich bin hier in Sandy Springs, Atlanta, Georgia. Und hinter mir sehen Sie the new headquarters für Mercedes-Benz USA. Das ist erst dieses Jahr geöffnet und heute ist am 3. Oktober 2018 auch ein wichtiger Tag, weil die deutsche Botschaft in Washington DC, DC hat heute also offiziell Deutschlandjahr geöffnet. Deutschlandjahr hat also Hashtag WunderbarTogether, Germany and the United States. Und wir sind ganz aufgeregt, dass wir sind auch dabei, zusammen mit Mike und Madeleine Bülow aus Berlin, Deutschland, zwei Künstler. Und wir werden die also hier in Atlanta und Georgia zeigen, während das Deutschlandjahr. Herzlichen Dank und wir werden Ihnen noch mehr Informationen geben. Aber bis bald und noch einen schönen Tag. Tschüss!